Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen King of the Ring Turnier hier bei WWE 2K60, meine lieben Freunde. Ich bin der Onkel und mein Gegner ist wieder mal der Rewano. Hallo, jo, ich freu mich. War ein schönes Spiel gewesen. Gestern. War echt gut, war echt, hat mir recht gut gefallen. Und als ich noch verloren hab, hat mir, ja, auch gefallen. Doch, gefällt mir auch mal, wenn ich verliere. Ja, okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier, dass wir gar nicht großartig drum rum reden. Wir machen jetzt einfach mal Viereck. Ja. Nee, der gehört nicht mir. Oh, ich glaube, den hab ich nicht, den hast du, da bin ich mir ganz sicher. Hab ich den? Muss mal weiter drücken. Oh, den hab ich aber. Hab ich gleich, aber den, den hatte ich noch nicht, ne? Bin gerade aber überlegen, wer den jetzt hat, ich muss gerade gucken. Nee, den hab ich. Okay, alles klar. Ich hab ne. Sorry, ich muss immer aufschreiben, wie gesagt, weil dann bin ich schon kurz weg. Ach, warum steht denn der hier noch drin? Hä, ist mir passiert. Ich hab letztes Mal gar nicht ein Dings rausgelöscht. Ach, okay, ich bin soweit und ich hab nen guten, ja? Verdammt. Paten, also, das ist jetzt natürlich ne, ne? Ne, 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 tolle Sache hier. Und ich seh jetzt gerade hier, als ob die ganzen Namen gar nicht rausgelöscht, was ist denn hier los? Na, macht ja nix. Machen wir dann nochmal gleich in Ruhe. Jetzt weißt du ja noch, wen du hast und wen noch nicht und nochmal mit dem starten und dann, wenn wir nachher fertig sind, gucken wir uns das nochmal genauer an. Richtig. Okay, dann würde ich sagen. Haha. Ja, da ziehen wir runter. Gut, dann. Drei, zwei, eins. Jetzt. Oh. Oh, geil. Geiles Match, ja. Auch vom Körper her gleiche Statur. Das wird auf jeden Fall ein Dropkick-Match. Wow, das wird schnell. Das wird schnell und wird, wow. Wow, also das ist echt ein geiles Match. Okay, los geht's. Ja. Direkt, wenn Gong ist, geht's los, ja. Ich will gar nicht lange rumreden, ich will direkt dich verhauen. Sagt der Einsame. Zum Einsamen. Ja. Wache. Ne, ich muss nur gucken. So. Das ist aber wieder das Problem, dass ich kein Bild hab. Ach jetzt. Ups. Geht doch direkt los. Du hast gesagt, es geht los. Ja, ich hab, äh, äh, war natürlich jetzt klar, ich richte nicht eine gute Sache hier. Ey, ich hab dreimal gedrückt und dann sagt er zu spät, du kleiner Drecksack. Oh, ich krieg aber schon direkt die Hucke voll hier. Aber ihr wisst, bei dem Spiel heißt das nix. Man kann am Anfang ordentlich austeilen. Man kann auf einmal, ganz plötzlich, genauso wie jetzt, das alles wieder umdrehen hier. Okay. Drecksack. Er haut wieder kontert hier wieder rum, aber ich auch. Hä? Okay. Oh, scheiße, scheiße. Ich dachte, du wärst bewusstlos und dann muss ich noch ein bisschen warten. Ja, dann komm ich mal wieder hoch hier nach zwei Stunden und dann schauen wir uns das doch mal an hier. Oh, jetzt kommt einer auch noch so blöd rein. Ja, hat aber geklappt. Du kannst doch einfach reinrennen. Dann machst du das. Das hat aber geklappt. Ja, klar. So, nochmal ein bisschen hier Schaden machen. So, mag ich das. Schön. Oh, fuck. Oh, die, 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 die. Ach, geht, 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 geht. Ich weiß, aber irgendwas, was auf jeden Fall Schmerzen bereitet hat. Oh. Oh, schön. Oh, da stand gerade was. Unfairer irgendwas, okay. Cool, ich bin ja hier, ich bin ja übelste Bösewicht, aber ich will jetzt noch nicht pennen, ey. Aber es ist cool, dass der hier so voll viele geile, unfaire Sachen macht. Gefällt mir eigentlich. Der ist eigentlich ein ganz netter. Oh, gekontert. Okay, deswegen konnte ich jetzt auch gerade so schnell gar nichts machen. Ah, Seth Rollins ist cool, ja. Der hat ja mit dem Sting gut gekämpft und hat ihn leider ein bisschen verletzt bei einer Übung. Mal gespannt, wie es da weitergeht. Bei den beiden Hübschen. Ob der nochmal gesund wird oder nicht. Was denkst du? Alle werden so gesund. Der ist echt gut. Ja, ah, jetzt habe ich eine Kombo abgekriegt, ja. Mein Gott. Lässt du mich mal in Ruhe jetzt? Nee. Aua, mein Kopf tut weh. Alles klar. Was ist das denn noch? Ich weiß das auch noch nicht so genau. Äh, mich wehren. Oh, geil. Geile Sache, ey. Boah. Okay, ich habe da stand unfairer Pin. Das wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren, aber irgendwie hat das gar nicht so gemacht. Da musste ich es aber halten. Ach so. Okay, dann habe ich mich verlesen. Okay, das waren natürlich beide daneben. Boah. Erstmal wieder hier so ein richtig schöner... Wie geht denn das? Nee, geht gar nicht. Müsst du entweder Schlagen lang drücken oder Greifen lang drücken. Ach so, da kommst du noch raus. Scheiße. Scheiße. Du hast meine Hand geblockt, ey. Wie geht das denn, ey. Die kommen von anderen mit Lichtgeschwindigkeit und packen die einfach so an. Und ich denke so, ja genau. Ah, immer zu spät. Hör auf. Hör auf. Ich habe aber schon wieder so eine übelst braune Haut, ey. Der war wieder ziemlich lange im Solarium. Mhm. Ach komm. Ist das... Ah, das ist ärgerlich, dass ich immer falsch drücke. Ich weiß nicht. Oh. Was ein Schlag. Hält sich den Kopf. Ach so, du machst gerade so ein Eier-Tanz, ey. Das mache ich auch immer. Nö, man auch Bauchtanz, aber okay. Ja, mein ich da. Ja, mein ich da. Waaat, das gibt's doch nicht, du Drecksack. Du kleiner Sack, ey. Da renne erst mal dagegen. Boah, schön. Boah, was? Nein! Ich mach wahrscheinlich für dich aus. Boah, aber ganz, ganz knapp. Boah, aber das war natürlich jetzt ganz mager und knapp. Ja, sehr knapp. Aber ich hab, alles gesagt, fast, ich hab, ehrlich gesagt, fast zu früh gedrückt. Ja, hättest du ruhig. Mal machen können. Das ist rausgerollt, ist aber auch eine blöde Aktion, muss ich sagen. Ah. Hä? Wir springen uns beide an, wie geil ist das denn? Na toll. Aua. Auf meiner Macht fällt natürlich wieder um. Du auch? Die Attacke war zu wild, ey. Die wilde Bestie. Ne, so nicht, mein Freund. So nicht. Aber geh erstmal in die Ecke rein. So mag ich das. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich da irgendwie aufhebe. So, jetzt muss ich mal gucken, bis er das Spiel gewinnt hat. Oh, mein Mann. Schön, schön. Ach, Mensch, oder ist rausgerollt? Scheiß. Ja, super. Boah, das war eine geile Aktion. Also, die war jetzt wunderschön. Wunderschön, wirklich. Hätt ihn nicht besser machen können. Einmal dagegen. Ach, ich dachte, der... Der macht da was. So, komm mal raus aus dem kleinen Ding. Ah. Aua. So ein Dropkick unten im Stehen ist natürlich auch eine Nummer, ne? So, jetzt liegen wir hier bei... Du hast ein S im Finisher oder Vorfinisher oder sowas. Oh, Mann, er ist ein bisschen am Krabbeln hier. Ach, ich wollte gerade weglaufen. Oh, und dann tritt der mich nur. Du Sack. Während des Weglaufens hast du mich... Nein. So. Und... Bung! So, jetzt gehe ich erstmal wieder dagegen, komm. Schön. Schönes Ding. So. Jetzt gehen wir erstmal wieder rein hier in den duften Laden. Ach, jetzt hat der mich dagegen geworfen. Ah, jetzt gehe ich dagegen. Ja, mein Kopf ist härter, siehste. Ja, da hinten kann ich langrennen. Oh, oh, oh. Wo ging die Bande? Ja, wir haben uns schon ziemlich zu Schrödel hier. Hm. Was mache ich denn nur? Ich weiß nicht, warum du mich da hinten hinwirfst. Das ist total sinnlos. Meiner ist total fertig mit der Welt. Ach, ja genau. Ich schlag dich und er fängt mich einfach ab. Oh. Oh, sorry. Ja, hast du. Oh. Das hat richtig mir gedacht. Das war richtig so ein Klacken. So, tsch. Ah. Was ist jetzt drauf? Hm. Ja, ich wollte dich ja auch reinwerfen, aber irgendwie wollte er meiner nicht. Ach, no. Oh, fuck. Oh, Mann. Ach, Quatsch. Ja. Okay. Das wäre natürlich schön geworden. Äh. Er springt einfach daneben. Oh. Fuck, das bin ich schon geklaut. Hehehe. Aber, äh. Ja, 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 ja. Bing. Und ein spannender Kampf hier. One. Two. Three. Bam, mein Freund. Boy. Nein. Du hast dich aber hochkonzentriert, oder? Oh, aber voll. Ah, ja, ja, ja. Was war das denn? Ach, jedes Mal das gleiche, ja. Ja, ich hab, musste mal gucken, was für Tasten. Musst du eine andere, müsste andere Richtungen drücken, Mann. Mhm. Okay, was hat er denn noch? Hehehe. Oh, Mann. Besser? Das hast du auch schon gemacht. Es gibt insgesamt vier Richtungen, ob ich's kann, ey. Oh, hast du noch geschafft, obwohl das nicht fairer bin, war. Oh, Alter. Oh, Mann, du Sköte-Rausgerutscher. Ja. Oh, was? Hast du verdient, weil du dauernd rausrennst. Hast du echt verdient, ey. Oh, Mann. Hast du echt verdient. Oh, Mensch, ey. Du hast kurz rausgerannt. Es könnte aber vom Vorteil sein. Guck, jetzt bist du schon wieder fit, weil du rausgerollt bist. Es ist natürlich dann ein bisschen böse geendet für mich. Das war natürlich echt bitter. Aber es ist natürlich schön, wenn du jetzt natürlich den TKO da rumlegst, weil ich dich doch ziemlich fertig gemacht hab. Komm, steh auf jetzt, mein Gott. Na klar. Na klar. Boah. War das dein Finisher? Ja, nö. Ja. Also dein... Dein Ding, ne? Ah, scheiße. Ja. Scheiße. Scheiße. Ob ich da noch rauskomme, liebe Freunde? Ah, keine Chance. Keine Chance. Scheiße. Das war so mini. Das war so mini. Das war so mini, das Ding. Boah. Ja, aber das war natürlich jetzt echt ärgerlich, weil er raus ist, konnte er natürlich, war er sofort auf den Beinen und das... Und das war's. Was möchtest du den Leuten damit mitteilen? Rewano? Okay, Rewano ist weg, mein Lieben Freunde. Da soll ich sagen, beendet ich hier mal den Part alleine. Aber wir sehen uns dann morgen wieder beim nächsten Match. Und ja, Dolph Sieg hat gewonnen. Spannendes Match. Jetzt ist er wieder da. Was ist los? Ja, mir keine Ahnung, was. Ich bist wieder weg. Ja, so sieht's aus. Okay, dann beendet ich jetzt hier einfach den Part. Und wir sehen uns morgen wieder. Ja. Bis dahin. Ciao. Ciao.